Wir haben zwei neue Modelle im High-End Installationsbereich. Zum einen den sogenannten L12000Q und den L2000U. Das sind zwei Projektoren, die auf der gleichen Plattform gebaut werden. Unterscheiden tun sie sich im Wesentlichen durch die Lumenzahl von 12.000 bzw. 20.000 Lumen und durch die Auflösung zum einen beim L12000Q durch eine native 4K-Auflösung und bei dem L2000U durch eine native WUXK-Auflösung. Vorteile der Produkte kann man zusammenfassen. Das ist zum einen flexible Eingangskarten zur schnellen und flexiblen Installation. Zum anderen haben wir einen integrierten Sensor, mit dem man auf Knopfdruck sowohl eine Helligkeit, aber auch eine Farb- und Geometrie-Korrektur starten kann. Auch das befähigt zum schnelleren Installieren und zu einer erhöhten Flexibilität. Außerdem verfügen beide Projektoren über ein gekapseltes optisches System, um die Verschmutzung insbesondere im Randal- und Staging-Bereich zu vermeiden. Und last but not least haben wir einen kompletten Optik-Satz für beide Projektoren, inklusive einer Ultra-Kurzdistanz-Optik mit dem Faktor 0,3 zu 1 und integriertem Landshift. ertestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestandestand